Mumu, das Buch von Michael Ende, wird jetzt verfilmt. Rados Bokel als Mumu und Cassiopeia als treue Begleiterin. Armin Müller-Stahl als Chef der Grauen Männer, Mario Adorf als Nicola der Maura, Leopoldo Trieste als Beppo der Straßenkehrer, Ninetto Davoli als Nino der Wirt, Fumus Dori als Gigi und John Huston als Meister Hora. Mumu, das Buch von Michael Ende. Mumu, der Film von Johannes Scharf. Mumu, der Film von Johannes Scharf. Er im Moment, er ist heute ein Film von Johannes Scharf. Er hat, er nur Eich hat, er ist gemacht, er hat es quest一直 einig. Wim Wunsch, die wir quase arbeiten, als Erwin einer Wirt acepten, Untertitelung des ZDF, 2020